Herr Kollege Kohlmeier. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Zuschauertribüne, geschätzter Kollege Reinhardt, ich glaube, es war von dem Präsidenten eben keine böse Absicht, dass nicht Ihr Kollege jetzt als zweites redet, sondern der wird danach nochmal rankommen, die restliche Redezeit von Ihnen wahrnehmen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in diesem Hohen Haus. Zu Beginn der Legislaturperiode erlaube ich mir, Ihnen allen zu gratulieren, zu Ihrer Wahl zu gratulieren. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit mit Ihnen, aber auch auf einen konstruktiven Streit in der Sache. Diesen konstruktiven Streit wollen wir am heutigen Tag gleich beginnen mit einer, wie ich finde, äußerst spannenden Geschäftsordnungsdebatte. Wir haben hier mehrere Anträge vorzulegen. Kommen wir zu dem ersten Antrag, der hier vorliegt, und zwar dem Oppositionsantrag, dass der Hauptausschuss der Opposition zustehen soll. Die Opposition beantragt hier in der Geschäftsordnung festzuschreiben, die Opposition führt automatisch den Hauptausschuss. Dieser Antrag ist bei der letzten konstituierenden Sitzung immer von der Opposition gestellt worden. Ich habe mir nochmal die Drucksache 16-001-1 neu vom 25.10.2006 herausgesucht. Und man mag sich wundern, der Antrag ist wortgleich übernommen worden. Die einzige Änderung, liebe Kollegen von der Opposition, an dem Antrag 2006 stand drüber, der Fraktion der FDP, der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Alles andere ist gleich geblieben. Sie haben sogar die gleiche Begründung verwendet. Daraus folgt, wir haben den Antrag seinerzeit abgelehnt. Der Antrag wird immer von der Opposition gestellt. Daraus folgt, dass Linke, Grüne, CDU und FDP in diesem Haus dem Antrag schon einmal zugestimmt haben und dem Antrag auch schon einmal abgelehnt haben. Je nachdem, ob die Fraktionen gerade in der Koalition oder in der Opposition waren. Die SPD ist sich an diesem Punkt treu geblieben. Wir haben den Antrag tatsächlich jedes Mal abgelehnt. Wir haben den Antrag deshalb... Nein, nicht bis zum nächsten Mal, lieber Kollege Lederer. Ich würde mich es ja wünschen, Sie wissen es. Der Grund, dass wir es abgelehnt haben, ist nicht, weil wir den ablehnen wollen, weil wir nicht das Ansehen verstehen können. Sondern, nee, nee, der Antrag... Sie müssen einfach mal in die Begründung reinschauen. Da steht ja drin, die Opposition könnte die Regierung besser kontrollieren. Also ich sage mal ganz vorsichtig, liebe Kollegen, wer uns die letzten fünf Jahre erlebt hat als SPD. Der kann uns tatsächlich nicht vorhalten, dass wir nicht die Regierung ordentlich kontrolliert hätten. Wir haben wohl... Wir haben in den letzten fünf Jahren sehr deutlich gezeigt... Ich darf bloß das Beispiel BEH nennen, dass wir mit unseren Senatoren äußerst selbstbewusst umgehen. Und ich kann Ihnen versprechen, dass das auch in den nächsten fünf Jahren so bleiben wird. Ich sehe, der regierende Bürgermeister freut sich darauf schon. Ich habe mir weiterhin mal angeschaut, weil in dem Antrag, der begründet ist, alle anderen Bundesländer würden es genauso machen. Es wäre so viele Regelungen innerhalb der jeweiligen Geschäftsordnung. Es gibt im Bundesländervergleich acht Bundesländer, wo übereinstimmend die Regierungskoalition den Hauptausschuss führt. Die anderen acht, selbstverständlich, ist eine andere Fraktion, die den Hauptausschuss führt als die jeweilige Regierungskoalition. Das einzige Bundesland, das eine entsprechende Regelung hat, ist Bremen. Bremen hat in § 63 Absatz 1 relativ spät, am Ende der Geschäftsordnung zumindest, reingeschrieben, der Vorsitz steht der stärksten Oppositionsfraktion zu. In allen anderen... Naja, also eins von 16, nicht eins von 16 ist nicht viele, sondern eins von 16 ist eins. In allen anderen, in allen anderen Geschäftsordnungen der anderen Bundesländer gibt es eine entsprechende Regelung nicht. Und lieber, und lieber, lieber Kollege, ich komme ja gleich zu Ihnen, lieber Kollege von den Grünen, wir hätten ja den Antrag möglicherweise anders diskutiert und Sie reden ja gerade dazwischen, wenn Sie Ihre Wahlziele auch nur anhand erreicht hätten. Dann würden Sie jetzt hier vorne stehen und uns allen wortrecht erklären, warum der Antrag falsch ist und warum die bisherige Regelung so gut ist. Es gibt im Parlament keine Fraktion 1. oder 2. Klasse. Ich finde, das bisherige Verfahren des Zugriffs nach Ausschussvorstärke sollte so bestehen bleiben und wir lehnen, wie gesagt, den Antrag ab. Zu dem Antrag der Antriege der Fraktion der Piraten. Erste Anmerkung dazu. Ich hätte mir im Rahmen, also auch von Transparenz und von Vorbereitung, durchaus gewünscht, wenn die Anträge eher als eine Stunde vor der jetzigen Sitzung vorliegen. Ich habe mir... Ich habe mir, weil ich mich ernsthaft mit Ihnen auseinandersetzen möchte, tatsächlich eine etwas andere Arbeitsweise angeeignet und habe 15 Minuten vor der Sitzung mir noch schnell Ihr Pad angeschaut und habe dabei festgestellt, dass bei meiner selbst hohen Auffassungsgabe es mir nicht möglich ist, Ihre Diskussion, die auf acht Seiten, ich habe sie leider ausgedruckt, weil mein iPad ist noch nicht da, auf acht Seiten hier niederkommt, nachzuvollziehen. Und ich glaube, der Kollege Baum hatte in der Sitzung, die Sie am, weiß ich gar nicht, diese Woche hatten, Top 4, es zu Recht gesagt. Da steht, Martin Doppelpunkt, fühlt sich als Abgeordneter verpflichtet, die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zu gewährleisten, hat keine bessere GO parat. Da muss ich sagen, muss ich dem Kollegen Baum tatsächlich zustimmen. Herr Kollege, und ich muss sagen, dass Sie am Ende Ihrer Redezeit sind, seien Sie gut einen Schlusssatz. Sie gewähren mir noch einen Schlusssatz, Herr Präsident, ausnahmsweise in Anbetracht der so neuen Situation. Ich bitte um die Übernahme der bewährten Regelungen für das Hohe Haus. Die haben sich bewährt. Ich verspreche den Piraten, die Anträge werden überwiesen in den zuständigen Geschäftsordnungsausschuss, der demnächst eingerichtet wird. Und dann sollten wir die Anträge dort besprechen, weil da auch die Anträge, die Sie den Ei mit der verfassungsändernden Mehrheit der Würzhof nicht funktionieren. Da bauen Sie die Zweidrittelmehrheit in diesem Haus, um den zu ändern. Da können wir aber in dem zuständigen Geschäftsordnungsausschuss das ordentlich und vernünftig miteinander beraten. Herzlichen Dank und auf gute Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kohlmeier. Das Wort für die CDU-Fraktion hat der Kollege Dr. Graf.